Grüß Gott und herzlich willkommen zur 0. Online-Lern-Einheit zur Didaktik der Geometrie. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wieso eigentlich 0. Einheit? Naja, in dieser Lektion lernen Sie noch nichts Inhaltliches zur Didaktik der Geometrie. Wie schon im Untertitel der Folie steht, geht es in dem Video darum, Sie mit der Technik und mit den ganzen organisatorischen Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung vertraut zu machen. Kommen wir also mal direkt zu einem ersten kleinen Techniktest. Ihnen wird gleich eine einfache Frage gestellt, die Sie beantworten können sollten, wenn Sie mir bislang aufmerksam zugehört haben. Willkommen zurück. Schauen wir uns mal an, was heute auf dem Programm steht. Wir klären zunächst, ob Sie zur Zielgruppe dieser Lehrveranstaltung gehören. Dann sage ich ein paar Dinge zum Lehrkonzept der Veranstaltung, die offensichtlich Elemente des Blended Learning enthält. Wenn Sie im letzten Semester bei mir die Grundfragen des Mathematikunterrichts absolviert haben, wird Ihnen eh einiges bekannt vorkommen. Ich erläutere dann kurz noch den Semesterplan und gehe auf die Leistungsanforderungen ein. Zum Schluss gibt es dann auch so eine Art Preview-Sneak-Peak auf die sieben Lektionen, aus denen diese Lehrveranstaltung besteht. Sie schließen dann das Video mit einem kurzen Test ab. Anschließend haben Sie dann im Moodle automatisch Zugriff auf eine PDF-Version der Folien. Es dient auch wieder zu Testzwecken. Sie können mir dann sagen, ob das bei Ihnen auch wirklich funktioniert hat. Kommen wir zur Zielgruppe. Diese Lehrveranstaltung ist eine Pflichtveranstaltung im neuen Bachelor-Lehramt-Sekundarstufe. Laut Curriculum sind die Elementare Geometrie und die Schulmathematik-Lineare Algebra bitte vorher zu absolvieren. Diese Lehrveranstaltung kann weiters auch als Ersatz für die Didaktik der Linearen Algebra und Geometrie aus dem alten Diplom-Studiengang belegt werden. Und schließlich überhaupt auch von allen anderen Studierenden, und zwar als freies Wahlfach. Kommen wir zum Lehrveranstaltung-Konzept. Dabei soll man ja immer mit den Zielen bzw. den Lernergebnissen beginnen. Ich folge dabei relativ eng dem Curriculum. In dieser Lehrveranstaltung ist da zunächst der Erwerb von Kenntnissen zu nennen, und zwar unter anderem zu globalen Ideen der Geometrie. Wenn Sie die Grundfragen des Mathematikunterrichts schon belegt haben, dann wissen Sie auch schon so ungefähr, was globale Ideen sein können. Alle anderen denken erstmal an wichtige Oberbegriffe oder so leitende Konzepte, die uns sagen, wie wir in der Geometrie so tun und warum das funktioniert und wozu das eigentlich alles gut ist. Ebenfalls eine alte Bekannter aus den Grundfragen sind dann die Grundformen mathematischen Arbeitens, worunter man so Dinge wie die Erarbeitung von Begriffen und Verfahren, Argumentieren und Begründen, Modellbilden und Problemlösen versteht. Über Grundvorstellungen hatten wir in den Grundfragen dann auch schon kurz gesprochen. Hier tauchen Sie jetzt unter der Überschrift lokale Bedeutung zusammen mit epistemologischen Hürden auf, also mit erkenntnistheoretischen Herausforderungen, die sich beim Lernen von Geometrie ergeben. Schließlich soll es um die Frage gehen, welche Potenziale Technologie für das Lernen von Geometrie entfallen kann. Das meint für uns vor allem dynamische Geometrie und Mathematiksysteme. Der Wert von Kenntnissen zu diesen Bereichen ist dann die eine Seite der Medaille bzw. die eine Hälfte der Lehrveranstaltung. Sie sollen nämlich auch erste Erfahrungen sammeln, wie man diese Kenntnisse zur Analyse und Gestaltung vom Mathematikunterricht einsetzen kann oder genauer zur Analyse und Konzeption von Unterrichtsmaterial, Aufgaben und perspektivisch auch zur Gestaltung von Unterrichtssequenzen. Das Durchführen dieser Sequenzen ist ja nun an der Universität selbst offensichtlich in Ermangelung von Schülerinnen und Schülern etwas schwierig. Sie ahnen aber vielleicht schon, dass Ihnen diese Dinge, die wir hier in der Didaktik der Geometrie erstmal theoretisch kennengelernt haben, dann praktisch unter Umständen in den PPS ganz nützlich sein werden, wo Sie ja selbst vor einer Klasse stehen werden. Zum Methodischen. Etwa ein Drittel der Lehrveranstaltungszeit findet nicht an der Universität statt, sondern als daheim zu bearbeitende Online-Lerneinheiten, die jeweils aus einem Video, einem Text zum Lesen und einer Hausübung bestehen. Warum und wie das genau abbrennt, sage ich dann gleich noch. Auch das ist wieder relativ ähnlich wie bei den Grundfragen des Mathematikunterrichts, zumindest wenn Sie die im letzten Semester gehört haben. Vor einem Jahr davor war das noch ein bisschen anders. Die übrigen zwei Drittel der Lehrveranstaltungen finden jedenfalls ganz normal als Präsenzveranstaltung an der Universität statt. Es gibt allerdings keine Vorträge von mir und auch keine längeren Referate von Ihnen, sondern wir besprechen die Online-Einheiten nach und sie präsentieren und wir diskutieren dann Ihre Hausübungen. Warum diese Aufteilung? Vor zwei Jahren ist das in Didaktik der Geometrie im Wesentlichen so abgelaufen. Zunächst mal gab es an der Universität Vorträge. In der ersten Hälfte des Semesters habe ich die gehalten, in der zweiten Hälfte des Semesters haben die Studierenden die gehalten. Relativ häufig gab es dann auch Hausübungen für daheim und in der nächsten Sitzung im Seminar mussten wir dann einerseits die Hausübungen besprechen und andererseits gab es auch wieder einen neuen Vortrag. Ja, und dann gab es auch wieder Hausübungen. Das ist zeitlich in der Universität dann immer eher knapp geworden und das ist schade, weil die eigentlich kreativen Anteile, die Anwendungen des Wissens, die stecken eben eher in den Hausübungen drin. Und gerade dafür hat dann eben oft die Zeit gefehlt. Zum Vergleich vielleicht auch nochmal, wie ich vor zwei Jahren die Grundfragen des Mathematikunterrichts gemacht habe. Da hatten wir in der Universität in jeder Sitzung Vorträge von mir und dann auch Arbeitsphasen für die Studierenden. Und außerdem gab es dann für zu Hause auch noch wieder Hausübungen. Aber die Hausübungen haben wir dann gar nicht in der Universität besprochen, sondern es ist dann einfach in der nächsten Sitzung wieder genauso weitergegangen. Vortrag, Arbeitsphase und dann wieder für daheim eine Hausübung. Hier war der Nachteil dann, dass die Hausübungen vielleicht ganz interessant waren, aber im Seminar gar nicht besprochen wurden und man dann im Grunde genommen erst hinterher erfahren hat, ob man das überhaupt richtig gemacht hat und dann auch schon mit einer guten Note belohnt oder mit einer schlechten bestraft worden ist, ohne da irgendwas ausbessern zu können. Deswegen habe ich im letzten Semester bzw. im letzten Jahr schon angefangen, das ein bisschen anders zu machen. Schauen wir uns das mal an, wie das dieses Semester laufen soll. Wir tauschen das, was üblicherweise an der Universität passiert und das, was üblicherweise vielleicht eher zu Hause passiert. Sie schauen sich stattdessen zu Hause eins von diesen Videos an und lesen auch weiterhin einen Text. Und das hat dann den Vorteil, dass wir in der Universität die Möglichkeit haben, sehr eingehend zu besprechen, was in diesen Texten drin stand, zu besprechen, was Sie von dem Video nicht verstanden haben, zu besprechen, was Sie an Hausübungen gemacht haben. Ja, und diese Methode nennt man auch Inverted Classroom oder manche sagen auch Flipped Classroom dazu. Ja, das wäre soweit die Methode. Wie sehen nun die Aufträge aus, die Sie zu Hause bearbeiten sollen? Die Online-Lerneinheiten bestehen insgesamt aus vier Elementen. Einem Lernvideo von etwa 30 bis maximal 45 Minuten Länge, das die klassischen Vortragsanteile des ProSeminars ersetzt. Jedes Video enthält ein paar einfache Fragen zum Verständnis, damit Sie während des Ansehens auch schön konzentriert bleiben. Sobald Sie das Video erfolgreich angesehen, das heißt mindestens eine der Fragen korrekt beantwortet haben, wird ein zusätzlicher Text zum selben Thema freigeschaltet, den Sie sich bitte durchlesen sollen. Außerdem wird ein Diskussionsforum freigeschaltet, in dem Sie Fragen zum Verständnis des Videos und des Textes stellen können und sich gegebenenfalls auch gegenseitig beantworten können. Ich selbst schaue auch hin und wieder herein und versuche kurze Fragen möglichst direkt zu beantworten. Wenn Video und Text jetzt vor allem dem Kenntniswerwerb dienen, werden Sie in der zugehörigen Hausübung aufgefordert, das Gelernte auf die Analyse oder die Gestaltung von Aufgaben, Unterrichtsmaterial oder kleinen Unterrichtssequenzen anzuwenden. Diese Aufgaben sind dann schriftlich über Moodle abzugeben. Immer nach der Abgabe einer dieser Hausübungen ist es dann Zeit für eine Präsenzlehrveranstaltung. Da müssen Sie dann also in die Uni kommen. Im 14-tägigen Rhythmus sind dann die folgenden Bestandteile in einer Lehrveranstaltung zu finden. Zunächst nehmen wir uns ungefähr 15 Minuten Zeit, um Fragen zu Video und Text zu besprechen. Da gibt es auch immer so ein kleines Kahoot-Quiz. In der nächsten Phase sind Sie dann besonders gefordert. Wir teilen das Seminar in Gruppen, die jeweils einen der Arbeitsaufträge aus der Hausübung zugeteilt bekommen. Und zwar bekommen Sie dazu Abgaben von den Studierenden, die jeweils nicht mit in Ihrer Gruppe sind. Sie bekommen dazu auch einen ausformulierten Review-Auftrag. Manchmal bekommen Sie eine Art Musterlösung und sollen schauen, was an dem Arbeitsauftrag bei den einzelnen Leuten passt und was nicht und sich dazu Notizen machen. Manchmal bekommen Sie auch den Auftrag, im Wesentlichen die Lösungen nach einem gewissen Gesichtspunkt zu vergleichen oder nach einem bestimmten Verfahren auszuwerten. Immer sind Sie jedenfalls aufgefordert, Unklarheiten, Rückfragen oder Kommentare auch direkt an die Lösungen zu notieren, um eben Ihren Kommilitoninnen und Kommilitoninnen Hinweise dazu zu geben, was schon gepasst hat, was noch überarbeitet werden sollte. Und Sie bereiten immer eine kurze Präsentation, so fünf bis sieben Minuten vor, in der Sie dann im Plenum Ihre Ergebnisse präsentieren, wobei Sie auch ausdrücklich auf besonders gelungene oder weniger gelungene Arbeiten eingehen sollen. Damit das dann nicht peinlich wird, beziehungsweise Sie jetzt nicht aus Angst oder falscher Rücksichtnahme besonders zahm sind, wenn Sie da korrigieren, vergebe ich in der ersten Sitzung Pseudonyme. Samt Diskussion der Lösung kommen wir dann wieder auf ungefähr 50 Minuten. Am Ende der Sitzung sollen dann immer noch so 10 bis 15 Minuten Zeit zur Verfügung stehen, in denen Sie nach den Präsentationen noch einmal in der Gruppe die Gelegenheit haben, an die Einzellösungen der anderen Studierenden Hinweise zur Überarbeitung zu notieren, die sich eben jetzt aus den Rückmeldungen im Plenum noch neu ergeben haben. Wenn Sie jetzt mitgerechnet haben, fehlen für zwei Wochen noch 60 Minuten. Die 60 Minuten gehen als Teil der Zeit ein, die Sie bzw. ich mit einem Teil der Online-Lerneinheit beschäftigt sind. Video und Text sollen Sie zusammen etwa 90 Minuten Zeit kosten. Für Fragen im Diskussionsforum sollten Sie etwa 15 Minuten einkalkulieren. Für die Hausübungen kommen dann noch einmal ungefähr 90 Minuten hinzu. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment, das sind aber deutlich mehr als 60 Minuten. Das ist korrekt. 60 Minuten stammen aus der Lehrveranstaltungszeit. Und zwar genau die 60 Minuten, die für das verständige Ansehen des Videos vorgesehen sind. Das Video dauert ja jeweils netto 30 bis 45 Minuten. Ich verrechne Ihnen aber 60 Minuten. Es bleibt also durchaus auch Zeit, um mal Pause zu drücken, nachzudenken und nochmal etwas zurückzuspulen. Zu einer zwei ECTS-Lehrveranstaltung gehören aber jeweils auch nochmal 90 Minuten pro Woche. Individuelle Vor- und Nachbereitung macht also 180 Minuten je zwei Wochen. Aus dieser Zeit nehmen wir 30 Minuten für die Textlektüre, 15 Minuten für das Diskussionsforum und 90 Minuten für die Hausübung. Und das jeweils alle zwei Wochen. Dann haben wir also 135 Minuten je zwei Wochen. Da liege ich also noch deutlich unter 180 Minuten, sodass einerseits individuelles Lesetempo und etwas unterschiedlicher Zeitbedarf für die Hausübungen eigentlich auch berücksichtigt sein sollten und dass auch noch ausreichend Zeitbolts da bleiben sollte für die Prüfungsvorbereitung und für die Überarbeitung von Hausübungen. Daraus resultiert jetzt dann der aufliegende Semesterplan. In der einen Woche haben wir eine Präsenzsitzung, in der jeweils anderen Woche müssen Sie mit dem Video Vorlieb nehmen und sollten an den Hausübungen arbeiten. Ich stelle die Videos dabei spätestens am Sonntag neun Tage vor der nächsten Präsenzsitzung zur Verfügung. Ich empfehle dann dringend, das Video dann nicht erst am Montagabend acht Tage später, also direkt vor der Präsenzsitzung anzuschauen, denn sonst wird die Zeit für Pflichtlektüre und Hausübungen ein bisserl arg knapp werden. Erfahrungsgemäß schauen sich dann circa 50 Prozent von Ihnen trotzdem erst am Montagabend direkt vor der Sitzung das Video an. Aber ich habe jetzt zumindest die sprichwörtlichen Pilatus-Hände. Zu den Leistungsanforderungen. Diese Lehrveranstaltung ist prüfungsimmanent und somit in der Präsenzveranstaltung auch anwesenheitspflichtig. Sie müssen also wenigstens 75 Prozent der Zeit anwesend sein. Das heißt, Sie können bis zu zwei Präsenzsitzungen ohne besondere Gründe fehlen. Wegen der etwas aufwändigen Gruppenarbeiten und Gruppeneinteilung ist es aber enorm hilfreich, wenn Sie sich vorab rechtzeitig entschuldigen. Dann können wir einfach besser planen. Ich erwarte zudem, dass Sie aktiv die Online-Lerneinheiten bearbeiten. Die Videos enthalten genau wie das hier jetzt immer wieder so kleine Interaktionen und Ihre Antworten werden da auch bewertet, aber diese Bewertung geht nicht in die Benotung ein. Das Einzige, was ist, Sie müssen wenigstens eine der sehr einfachen Fragen pro Video korrekt beantworten, sonst gilt das Video nicht als bearbeitet. Zu den sieben Lektionen gibt es je eine Hausübung, die Sie möglichst alle bearbeiten sollen. Zwei dieser Hausübungen, eine so Mitte des Semesters, eine ganz am Ende, dienen ausdrücklich der Wiederholung der vorangehenden Themen als Klausurvorbereitung. Bei den Hausübungen ist es dann immer so, dass die erste Abgabe dieser Hausübung auch nicht inhaltlich bewertet wird. Und weil immer etwas dazwischen kommen kann, sind für einen ausreichend aus Kulanzgründen auch nur fünf Abgaben von sieben zwingend. Zudem lege ich noch für jede Hausübung einen Arbeitsauftrag fest, der jedenfalls Pflicht ist, ohne den die Hausübung nicht als bearbeitet gilt. Um dann insgesamt wieder ausreichend zu sein, müssen Sie aber wenigstens drei der sieben Hausübungen wirklich beide Teilaufträge bearbeiten. Was inhaltlich dann letztlich bewertet wird, sind drei von zehn Arbeitsaufträgen zu diesen Hausübungen, die nicht ausdrücklich der Klausurvorbereitung dienen. Die sollen Sie zum Semesterende nochmal in überarbeiteter Form abgeben und das wird dann benotet. Für eine drei brauchen Sie dann einen ordentlich überarbeiteten Arbeitsauftrag, für eine zwei brauchen Sie zwei Stück und für eine eins müssen alle drei Arbeitsaufträge wirklich Musterlösungskarakter haben. Ergänzend gibt es dann am Ende des Semesters noch eine einstündige Klausur als zusätzlichen Wissenstest. Hier benötigen Sie dann wenigstens 45 Prozent der erreichbaren Punkte. Die Gesamtnote ergibt sich dann zu zwei Fünfteln aus den überarbeiteten Arbeitsaufträgen und zu drei Fünfteln aus der Prüfungsnote. So, das war jetzt eine Menge Informationen. Zeit für eine kleine Kontrolle, was Sie davon tatsächlich behalten haben. Als Belohnung für Ihre Geduld will ich noch einen kurzen Ausblick auf die Themen der Lektionen geben. Den Anfang machen wir mit einem Überblick über Inhalte, Ziele und globale Ideen der Geometrie. Das beginnt dann schon in der Sitzung am 9. Oktober und zum 9. Oktober gibt es dann auch das nächste Video. Die darauf folgenden beiden Sitzungen beschäftigen wir uns dann zunächst mit Grundformen mathematischen Arbeitens in der Geometrie. Dazu gehört in der Geometrie besonders das Konstruieren, das Argumentieren und Begründen, die Begriffsbildung und das Problemlösen. Anschließend haben wir dann noch je zwei Sitzungen, wo wir genauer auf die geometrischen Inhalte der Unterstufe bzw. der Oberstufe eingehen. Das soll es dann jetzt für heute gewesen sein, jedenfalls für mich. Sie haben ja jetzt noch einen kleinen kurzen zusammenfassenden Test. Dazu müssen Sie gleich unten rechts auf den Button Zusammenfassung klicken. Anschließend steht Ihnen dann eine PDF-Version der Folien in Moodle zur Verfügung. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg und sage auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017